So, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Minster-Gemeinde. Ich weiß nicht, wer von euch schon das neueste Video von mir gesehen hat von gestern. Da ging es ja in dem Video auch um die LED-Wand. Das hier nicht ging an der Veranstaltung. Das lag einfach daran. Das ist Panel 1, das ist Panel 2. Hier ist die Verbindung zu den Panels. Und ich habe, also das ist jetzt schon neu gelötet, bei der alten Verbindung hier oben, mit dem Target quasi, reingeschossen, um die Kabel ein bisschen zu fixieren, damit mir das nicht immer weg, also damit mir das nicht wegbricht, mit den Lötstellen gehalten. Ja, und ich habe natürlich so neu reingetackert, dass ich mir das Mastikabel und das Datenkabel zusammengelegt habe. Und dadurch haben wir die beiden Panels gespongen. Die beiden anderen, die quasi über Universum 9-16 laufen. Da funktioniert die Verbindung. Da seht ihr so, habe ich das bei den anderen auch gehabt, werde ich hier rausnehmen, bevor mir hier die Kabel auch kaputt gehen. Ja, so einfach kann es manchmal sein, dass es dann quasi so bescheuert ist. So, damit schönen Nebstach. So funktioniert wieder. Kann die nächste Veranstaltung kommen.